ja hallo hier ist wieder tuxoche.de willkommen auf meinem kanal und heute wollen wir uns über on one photo raw unterhalten bzw ich möchte euch das zeigen weil nach meinem letzten näheren blick in on one photo raw ende letzten jahre sozusagen mit der 2019 0 version waren ja immer noch einige probleme vorhanden vor knapp 14 tagen hat dann on one die version 2019 5 veröffentlicht wobei man jetzt aufgrund des namens nicht dem irglauben erliegen sollte dass sich um das fünfte update handelt das hat wohl sehr wahrscheinlich mit dem veröffentlichungsmonat mai zu tun aber schauen wir uns mal die paar kleinigkeiten die on one hier neu implementiert hat einfach mal an so wir haben jetzt hier on one gestartet mit einem von lightroom her migrierten katalog die kleinere neuerungen wenn ich jetzt hier zum beispiel hier auf so eine aufnahme einmal gehe nehmen wir mal zum beispiel die hier ist wie gesagt die geschichte dass ich jetzt hier selektiv änderungen übernehmen kann ich nehme jetzt einfach nur mal hätte die schatten etwas auf und gebe etwas mehr sättigung hinzu dann kann ich jetzt diese einstellungen kopieren und dann zum beispiel auf das nächste bild übertragen und dann kann ich hier auswählen welche der einstellungen dann übertragen werden sollen das ist so der erste neue punkt der zweite neue punkt der jetzt noch hinzu gekommen ist den schizier nur simulieren kann ist hier die zwei monitor ansicht dass also hier ein zweites fenster mit einer voll ansicht des gerade ausgewählten bildes angezeigt wird ist sicherlich für diejenigen die über ein zwei monitor setup verfügungen eine sehr interessante sache so ich habe jetzt hier mal einen vergleich zwischen lightroom und auch den entwicklungseinstellungen die lightroom hier verwendet habe und im gleichen bild wie es jetzt hier in on one herüber gezogen wurde man sieht die farbverschiebungen die nicht akzeptabel sind und man sieht hier auch die entwicklungseinstellungen die jetzt on one aufgrund einer künstlichen intelligenz angewandt hat dann hier noch ein vergleich der ist jetzt dieses mal weniger schlimm obwohl die farbverschiebung doch schon erheblich ist aber hier kommt es zumindest nicht grundsätzlich zu kompletten falsch farben allerdings zu einem bug dass er hier komischerweise die raw datei einer canon 5d nicht mehr anzeigen kann ja auch hier ein bild von der 6d mark 2 sollte eigentlich kein problem sein keine besonderen anforderungen auch hier relativ hohe farbverschiebungen in ein grünliches bild hinein und auch die entwicklungseinstellungen dazu so dann so dann hier noch ein bild was sicherlich extrem bearbeitet wurde und das ist das ergebnis so wie es dann nach der migration von on one erzeugt wurde so hier haben wir ein bild wo lokale korrekturen angewandt wurden gerade im bereich des himmels jetzt das gleiche foto auch wieder in on one raw auch mit den entwicklungseinstellungen und hier sind es komischerweise entwicklungseinstellungen auf null so dass man gar nicht weiß ob er einstellungen übernommen hat im übrigen wird dann die grenze für die überarbeitung nicht klar ja so in der übersicht sieht das eigentlich relativ in ordnung aus relativ aber wie man jetzt an den einzelbild beispielen gesehen hat ist die migration des kataloges aus light roma heraus doch einfach noch zu unsicher und gerade die farbverschiebungen sind einfach noch zu groß um sie ja ich sag jetzt mal in letzter konsequenz akzeptieren zu können ja wie ihr sehen könnt ist die selektive anpassung von entwicklungseinstellungen ein richtiger schritt in die richtige richtung der dual monitor betrieb gut kann ich jetzt nur sozusagen demonstrieren da ich nicht über zwei monate zwei monitore verfüge allerdings das größte manko ist immer noch das lightroom migrationstool das leider nicht die gewünschten ergebnisse bringt und das wäre voraussetzung wenn man tatsächlich kunden weg von dobe lightroom und im abo bewegen möchte und da hilft es auch nicht dass seit der letzten version die preise wiederum gesenkt wurden man liegt jetzt ungefähr bei knapp 80 euro für eine voll lizenz und circa 65 euro für ein update und selbst wenn man jetzt jedes update mitmachen würde und erfahrungsgemäß hat und man bis jetzt jedes jahr ein kostenpflichtiges update herausgegeben läge man zwar ungefähr bei der hälfte des preises eines lightroom abos aber ich denke mal wenn man diesen wechsel verziehen will möchte man auch die konvertierung seiner daten vor allen dingen der bilder mit mit den entsprechenden bearbeitungsschritten sichergestellt wissen und das ist leider gottes bis jetzt noch nicht so insofern stellt sich für mich die frage ob sich das update oder ein einstieg in on one wirklich lohnt vor allen dingen wenn man um steiger ist wenn man allerdings neu einsteigt kann die software relativ interessant sein ansonsten was denkt ihr über diese software lohnt sich dieses update oder sind einfach noch vor allen dingen in der windows version noch zu viele bugs vorhanden die einen einstieg doch erschweren wenn ihr dazu noch fragen habt hinterlasst mir die doch gerne in den kommentaren oder auch in dem entsprechenden blog post und ich würde mich natürlich über ein like zu diesem video freuen und noch mehr wenn ihr den kanal abonniert ansonsten sage ich aber bis zum nächsten mal ciao tux oche